Ich grüße euch alle zu meiner wöchentlichen Videoandachtsreihe hier durch den zweiten Timotheusbrief. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir über diesen besonderen Brief jetzt nachdenken wollen. Es ist ja der letzte Brief des großen Apostels Paulus. Es ist auch ein ganz persönlicher Brief, den er an seinen Mitarbeiter Timotheus verfasst hat. Und er macht in diesem Brief noch einmal deutlich, was die Hauptsache ist im Leben und im Dienst. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema voller Einsatz für die Hauptsache. Voller Einsatz für die Hauptsache. So lautet das heutige Thema. Ich vermute, dass es schon fast jeder von uns mal erlebt hat, dass die Hauptsache aus dem Blick gerät. Da ist zum Beispiel der Student, der in der Paper-Phase, in der es also Seminararbeiten zu verfassen gilt, dass er in dieser Phase auf einmal anfängt, sich auf die Hausarbeit zu konzentrieren. Während der ganzen Vorlesungszeit bekommt die Wohnung kaum mal den Staubsauger oder auch nur einen Wischlappen zu sehen. Aber dann plötzlich, in dem Moment, in dem ganz andere Dinge dringend anliegen, da wird die Wohnung auf einmal auf Hochglanz gebracht. Da wird nicht nur gesaugt, da wird nicht nur geschrubbt, da wird auch noch der Staub gewischt auf den Steckdosen und Lampenschirmen, die Fenster werden geputzt und selbst der Keller wird mal so richtig entrümpelt. Einziger Schönheitsfehler an der Sache? Die anliegenden Paper. Das, was die Hauptsache in dieser Zeit sein sollte, da passiert nichts. Sie werden nicht geschrieben. Oder da gibt es vielleicht den Familienvater, der sich nach Feierabend tagaus, tagein im Garten selbst verwirklicht. Da werden Sträucher gepflanzt, da wird Gemüse gesät, gegossen, gedüngt und schließlich geerntet. Da wird eine Gartenhütte gebaut, da wird ein Teich angelegt oder es wird die Auffahrt neu gepflastert. Ständig gibt es etwas zu tun, ständig ein neues Projekt. Alles schön und gut. Das Problem ist nur, dass die Familie, Frau und Kinder, völlig aus dem Blick geraten. Es ist typisch für uns Menschen, dass wir die Prioritäten leicht falsch setzen. Dass unwichtige Dinge uns wichtig und die wirklich wichtigen Dinge uns unwichtig werden. Nur allzu leicht geschieht es, dass die Hauptsache, das worum es eigentlich gehen sollte, ja, dass wir das aus dem Blick verlieren. Darum müssen wir uns immer wieder auf diese Hauptsache ausrichten und sicherstellen, dass sie den Großteil unserer Aufmerksamkeit und Energie bekommt. So wie der alte Spruch es sagt, Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Um diese große Hauptsache, um diese Hauptsache des Lebens und des Glaubens geht es in unserem Text heute im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 8-10. Es heißt dort, Jetzt aber offenbart es durch die Erscheinung unseres Heilands, Christus, Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Zunächst die Frage, was ist denn die Hauptsache? Die Hauptsache ist das Evangelium. Die frohe Botschaft von Jesus Christus. Nicht der Beruf, nicht die Gesundheit, noch nicht einmal die Familie ist die Hauptsache, sondern alleine das Evangelium von Jesus Christus. Da ist Paulus hier ganz klar, da lässt er keine Zweifel zu, auch nicht am Ende seines Lebens. Diese Botschaft des Evangeliums, die er dann in Vers 9 und 10 definiert, sie ist das Wichtigste überhaupt. Ganz klar, Ende der Durchsage. Und dann nennt Paulus hier drei Dinge, die diese Botschaft des Evangeliums charakterisiert. Göttliche Berufung ist das erste Kennzeichen. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Vers 9 Gott selbst ist es also, der dich zum Glauben an das Evangelium, der dich in die Nachfolge Jesu Christi gerufen hat. Es war nicht deine Entscheidung. Nicht allein deine Entscheidung, dieser Wahrheit Glauben zu schenken und Christ zu werden. Nein, der allmächtige Gott selbst, er ist in dein Leben getreten, er ist in dein Leben gekommen, möglicherweise durch das Zeugnis eines anderen Menschen, vielleicht durch eine Predigt, vielleicht durch ein gutes geistliches Buch, wie auch immer. Der allmächtige Gott selbst ist in dein Leben getreten und er hat dich selbst zu sich gerufen. Gott hat das getan. Dass du an Jesus Christus glaubst, ist der Beweis, der untrügliche Beweis, dass Gott in deinem Leben mächtig gewirkt hat. Wow! Das darfst du wissen. Dafür darfst du dankbar sein. Darüber darfst du im Herzen froh sein, dass Gottes heiliger Ruf dich erreicht hat. Dass du gläubig geworden bist an das Evangelium. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein kostbares Vorrecht. Das ist ein Wunder, dass Gott, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, an dir gewirkt hat. Freu dich daran. Sei dem Herrn dankbar dafür. Für den heiligen Ruf, mit dem er dich berufen hat. Ein zweites Kennzeichen des Evangeliums ist Gnade statt Werke. Gnade statt Werke. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Ebenfalls Vers 9. Es ist ja eine irdische Gesetzmäßigkeit, die ist auch einfach nicht außer Kraft zu setzen, dass wir uns auf Erden eben alles verdienen und erarbeiten müssen. Das fängt ja schon bei den Kleinen an. Wer gute Noten in der Schule haben will, der muss lernen und sich regelmäßig melden. Wer Geld verdienen will, muss pünktlich zur Arbeit erscheinen und eine ordentliche Leistung abliefern. Wer fit sein will, muss Sport treiben und so weiter. Es ist überall das gleiche Prinzip. Durch Werke, durch Anstrengung, durch deine Leistung verdienst du dir etwas. Du erarbeitest dir etwas. Ein irdisches Prinzip, eine irdische Gesetzmäßigkeit, die sich nicht außer Kraft setzen lässt und die ganz tief in unserem Herzen verankert ist. Im Evangelium aber ist es ganz anders. Und das ist auch der Grund, warum das manchmal für uns so schwer zu greifen ist. Weil diese irdische Gesetzmäßigkeit so tief in unserem Herzen verankert ist. Aber im Evangelium ist es anders. Hier gilt Gnade statt Werke. Gnade statt Werke. Nicht durch unsere Werke, nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Arbeit, sondern durch das Werk Jesu Christi, das uns durch reine Gnade geschenkt ist, weil Gott das so bestimmt hat in seiner Liebe. Allein dadurch werden wir gerettet. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Hauptsache, die die Hauptsache bleiben muss. Und ein drittes, was zur Botschaft des Evangeliums unbedingt dazugehört, ist, dass Jesus als Überwinder des Todes bekannt wird. Es heißt in unserem Text, Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen hat. Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen hat. Vers 10. Da können wir das nachlesen. Es wird hier deutlich, ohne Auferstehung Jesu kein Evangelium. Ohne Auferstehung wäre Jesus nichts anderes als ein Schwätzer und Hochstapler, dessen Lehren keine bleibende Bedeutung hätten. Wäre Christus nicht auferstanden, wären wir, die wir glauben, so argumentiert Paulus ja an anderer Stelle im ersten Korintherbrief, wir wären die ärmsten Gestalten auf Erden, dann sollte man sich wirklich lieber in irdisches Vergnügen stürzen und sehen, dass man da so viel wie möglich auch noch mitnehmen kann. Aber die Auferstehung Jesu ändert alles. Sie setzt das Evangelium in Kraft. Und sie gibt uns auch Trost und Zuversicht für die Zukunft. Entsprechend geht Vers 10 nämlich auch weiter. Und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das hat Christus Jesus gemacht, dieser Überwinder des Todes. Und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das alles macht das Evangelium von Jesus Christus aus. Das alles macht das Evangelium von Jesus Christus so einzigartig. Wir haben eine göttliche Berufung erlebt. Wir werden durch Gnade, nicht durch unsere Werke gerettet. Und wir bekennen Jesus Christus als den Überwinder des Todes, der uns zu unvergänglichem Leben führt. Das ist das Evangelium. Das ist die Hauptsache, die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Dieses ist die Hauptsache, die die Hauptsache bleiben muss. Dies muss die Hauptsache bleiben, weil es allein diese Botschaft ist, die uns rettet aus unserer Verlorenheit. Anders geht es nicht. Einen anderen Weg gibt es nicht. Es ist allein diese Botschaft des Evangeliums, die uns rettet aus unserer Verlorenheit. Ich vermute, du schaust dieses Video hier, weil du einen christlichen Hintergrund hast. Dennoch will ich an dieser Stelle dich gerade heraus fragen, und möglicherweise hast du ja auch einen ganz anderen Hintergrund, möchte ich gerade heraus und ganz direkt fragen, glaubst du diese Botschaft? Glaubst du diese Botschaft? Glaubst du an das Evangelium von Jesus Christus? Glaubst du daran, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen ist? Dass er gestorben ist am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden? Dass er auferweckt wurde zu neuem ewigen Leben? Glaubst du daran? Hast du den heiligen Ruf Gottes zum Glauben in die Nachfolge schon vernommen? Das ist die Hauptsache. Lass diese Botschaft bitte nicht außer Acht. Setz dich mit ihr auseinander. Prüfe sie. Ja, wage den Schritt hin zu persönlichem Glauben an das Evangelium. Das ist die Hauptsache. Eine zweite Frage, die darauf folgt. Wie setze ich mich eigentlich ein für diese Hauptsache? Wie setze ich mich für die Hauptsache ein? Wie kann das gehen? Dazu schreibt Paulus in Vers 8, also am Anfang unseres Abschnittes, Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Das Erste, wozu Paulus hier auffordert, das kann man so umschreiben. Nicht schämen, sondern mutig bekennen. Nicht schämen, sondern mutig bekennen. Das ist leichter gesagt als getan. Viele von uns kennen das, dass Menschen uns eher belächeln, wenn wir uns zum Beispiel als Beter outen. Wenn wir zugeben, dass wir die Bibel lesen und dass wir sogar unser Leben daran auszurichten versuchen. An Gott, an Jesus Christus zu glauben, das wird dir oftmals als Schwäche ausgelegt. So nach dem Motto, der schafft das nicht alleine. Der braucht für das schwierige Leben noch den lieben Gott. Allein kriegt das nicht hin. So wie alt ein kleines Kind noch den Teddybär zum Einschlafen braucht, so halten diese Schwächlinge eben noch an der Illusion eines Gottes fest. Dennoch sind Paulus Worte hier glasklar. Nicht schämen, sondern mutig bekennen, heißt die Devise. Nicht schämen, sondern mutig bekennen. Steh zu deinem Glauben, wenn dich dein Arbeitskollege das nächste Mal darauf anspricht. Nenn ruhig deine hoffentlich biblische Position zu einem umstrittenen Thema, wenn das Gespräch unter Bekannten darauf hinausläuft. Erzähl einfach davon, wie Jesus dir Hilfe und Halt im Alltag ist. Nicht schämen, sondern mutig bekennen ist das Motto. Und denk da dran, dir ist doch der Heilige Geist gegeben. Dieser Geist der Kraft, nicht der Furcht, Vers 7 vor unserem Abschnitt. Er wird dir helfen, dass du dich für die Hauptsache einsetzen kannst. Dass du diesen Mut hast. Und etwas Zweites nennt Paulus hier ebenso. Das kann man so zusammenfassen. Nicht hängen lassen, sondern leiden. Nicht hängen lassen, sondern leiden. Paulus selbst, der sagt es so, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Vers 8 Aus Paulus Leben wissen wir, dass er alles gegeben hat für das Evangelium. Ungeheure Energie, viel Kraft, viel Zeit, große Mühen hat er für das Evangelium eingesetzt. Über lange, lange Jahre. Man misshandelte ihn, er ließ sich nicht aufhalten. Man sperrte ihn ein, er ließ sich nicht aufhalten. Er erlitt Schufbruch, er ließ sich nicht aufhalten. Das Evangelium, diese Hauptsache, war ihm so wichtig, dass er alles dafür gegeben hat. Alles, was er zu geben hatte, hat er dafür investiert. Ihr Lieben, an dieser Stelle, da dürfen wir uns schon mal kritisch hinterfragen, glaube ich. Zeige ich eigentlich vollen Einsatz für das Evangelium? Vollgas für die Hauptsache? Oder bin ich eher so mit, ja, angezogener Handbremse unterwegs? Wie gehe ich mit Hindernissen um? Wenn Kritik kommt, was tue ich dann? Wenn der Dienst mir Stress beschert, was mache ich dann? Wenn die Freude vielleicht mal für eine Zeit nicht ganz so groß ist, werfe ich dann gleich die Flinte ins Korn und wende mich anderen Sachen zu? Denn es gibt ja so viel schöne Ablenkung auf dieser Welt. Denk an die Gedanken vom Anfang. Das kann der Garten sein, das kann die Familie sein, die Modelleisenbahn vielleicht oder auch nur stundenlanges Surfen im Internet. Was auch immer, die Bandbreite ist riesig groß. Alles schöne Dinge, die uns von der Hauptsache abbringen können. Verlieren wir den Fokus nicht. Lassen wir uns nicht gleich entmutigen. Bleiben wir dran. Zeigen wir vollen Einsatz für die Hauptsache, auch wenn es mal schwierig wird. Auch wenn Konflikte kommen. Auch wenn ich im Dienst mal ratlos bin oder mich vielleicht sogar überfordert fühle. Hören wir auf Paulus' Aufforderung, vollen Einsatz für die Hauptsache zu zeigen. Warum? Weil diese Botschaft von der Rettung allein durch den Glauben an Jesus Christus, geschenkt durch seine Gnade, die beste Botschaft überhaupt ist. Es ist doch die Botschaft, die dich überreich beschenkt hat, die dich glücklich gemacht hat. Das Evangelium von Jesus ist die Hauptsache. Völlig zu Recht. Zeigen wir vollen Einsatz, damit die Hauptsache die Hauptsache bleibt und damit noch viel mehr Menschen diese Hauptsache als die Hauptsache erkennen. Amen. 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 Amen.